Landwirt live dabei. Wir berichten von den Top Events. Wir präsentieren hier zwei völlig neue Serien. Das ist zum einen der CB290, eine schnelle Maschine für Landclearing-Arbeiten. Das heißt die Ernte von sehr kleinem und strauchigem Material. Die zweite Maschine, die wir hier präsentieren, ist der CS680. Der CB290 ist eine größere Maschine für Spezialbaumabtragungen bzw. Sicherheitsfällungen entlang von Straßen und im städtischen Bereich. Der CB290 zeichnet sich aus durch eine sehr schnelle Arbeitsweise. Der Greifer und Sammler sind miteinander gesteuert. Das heißt, man muss den Greifen eröffnen, schließen. Das Sammeln geht automatisch. Und durch einen elektrischen Impuls wird das Ablegen bestimmt. Die zweite Maschine, die wir hier sehen, ist der CS680. Es ist eine Maschine für Spezialbaumabtragung. Jetzt erstmals mit einer Kettensäge ausgestattet. Die Maschine zeichnet sich durch zwei unabhängig gesteuerte Greifer aus und somit wird ein sehr sicherer Halt des Stammes gewährleistet. Der CB290 ist geeignet für Bager zwischen 15 und ca. 20 Tonnen. Der maximale Schnittdurchmesser beträgt ca. 29 cm. Und die Greiferöffnung liegt bei 1,20 m. Das Eigengewicht der Maschine beträgt 1350 kg. Der CS680 ist geeignet für Bager zwischen 20 und ca. 30 Tonnen. Der maximale Schnittdurchmesser liegt bei 68 cm. Die Greiferöffnung beträgt 1,60 m. Und das Eigengewicht der Maschine liegt bei ca. 1700 kg.